Scheiß Loch gemacht. Ne, sind ganz hinten, oder? Dass sie das auch nicht gefixt haben, dass man da ganz komisch respawnt, verstehe ich auch nicht. Die haben alle Luken, welche die überhaupt nichts damit zu tun haben. Hä, ist das modern? Ist das irgendeine Aufgabe, die man vielleicht noch machen muss? Zerstöre alle Luken in einem Multisair-Game. Wahrscheinlich so Playstation-weit. Ey, Mann, ich hab keine Lust mehr, Alter. Oh, ne Keller. Bist du tot? Bist du wieder leer? Ne, noch nicht, aber bald. Ja, bald. Leider ein Loch in der Wand. Sprengladung bereit! Achtung! Guck! Bist du ein Loch? Bist du nicht? Achtung! ein hat unten gewesen noch ein gegner der andere war nicht drin Das hat sie alle gefickt, oder? Das hat sie alle gefickt! Naja, vier nur. Ich glaub, die waren doch zuvier, oder?